Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal wieder was Veganes an. Und zwar die Rewe Bio Vegane Frische Creme in der Sorte Natur. Die gibt es nämlich auch mit Kräutern, aber Kräuterfrischkäse ist ehrlich so gar nicht meins. Höchstens eine Alternative zum normalen Frischkäse, dass man oben schön Honig drauf machen kann oder Marmelade. Am besten meine selbstgemachte oder Karls-Marmelade. Ja, dafür ist es vielleicht gut. Ich habe schon mal, das war nochmal Simply V was glaube ich, was ich probiert habe. Das war nicht so geil, muss ich sagen. Ist auch anders gemacht, ist mit Mandeln gemacht. Die ist auf Basis von Soja. 1,69 Euro, 115 Gramm sind drin. Ja, stolzer Preis. Also 1,69 klingt erstmal nicht so viel wie andere Produkte, aber mit 115 Gramm ist eben auch nicht viel drin. Also so viel billiger als Markenprodukte ist es dann hier auch nicht. Wie gesagt, ich bin gespannt wie es ist, wie es schmeckt, vor allem wie die Sojanote durchkommt. Und ich sage euch rein, nährwertechnisch geht das auch in Richtung richtig krassen Frischkäse. Das gucken wir uns jetzt gleich natürlich an. Und eure Erfahrungen sind natürlich auch wieder erwünscht in den Kommentaren. Was ist für euch eine richtig schöne vegane Alternative zu Frischkäse? Jetzt schreiben wir da nicht veganen Quark rein oder sowas, sondern Frischkäse. Da muss Fett drin sein. Fett, Fett, Fett wollen wir haben. Es soll schließlich Frischkäse sein und kein Light-Fischkäse. Und das, ich weiß gar nicht, wie es bei dem Simki wie war. Ich glaube, da waren irgendwie auch so 200 Kalorien drin. Aber das Ding hier, das hat nochmal ein bisschen mehr. Egal, wir gucken jetzt einfach erstmal drauf. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Die Packung, ehrlich gesagt, das ist so ein Ding, das kauft man wegen der Packung. Es sieht einfach irgendwie toll aus. Ihr seht, da links wartet schon das angeröstete Toastbrot. Obwohl, das ist eigentlich gar kein Toast. Es ist tatsächlich nur was von diesem XXL, womit ich XXL Ciabatta gemacht habe. Ich habe mir die Scheiben noch eingefahren, die übrig sind, weil ich dachte, irgendwann brauchst du die vielleicht mal für irgendwie ein XXL Nutella-Brot oder sowas. Bio ist das Ganze vegan von Rewe Bio NutriSquadet Serviervorschlag auf einem Bagel. Zum Thema Bagel, kommt auch heute noch was oder morgen? Ich war, ich glaube, ich mache es heute oder morgen. Jedenfalls, ihr solltet natürlich sowieso in jedes Mittagsvideo und vor allem in jedes, obwohl, was heißt vor allem, ihr solltet in jedes Video gucken, was ich veröffentliche. Aber heute oder morgen um 19 Uhr kommt, ich war mal wieder bei, eigentlich nicht, ich habe mal wieder die Too Good To Go. Ich finde das voll schwer auszusprechen, Too Good To Go. Also, App ausprobiert und war bei Coffee Fellows und das gucken wir uns an, heute am Mittwoch oder morgen am Donnerstag. Auf Basis von Soja, hier sind die Zutaten, das gucken wir uns gleich an, Wasser, Sojabohnen, Sonnenblumen, Öl, das ist natürlich positiv, kein Palmfett. Das geht dann in Richtung, wir wollen naturbewusster sein, wobei über das Thema Palmfett, ich kann es mir nicht verkneifen. Bitte googelt einfach mal, bei Quarks gibt es einen schönen Bericht dazu und Quarks ist jetzt nun wirklich kein Galileo, was Wissen angeht, sondern die haben Ahnung, im Gegensatz zu Galileo, die einfach nur Bildniveau haben. Ähm, Palmöl ist nicht so schlecht, wie man immer glaubt. Man muss halt auf gewisse Aspekte nur dabei achten. Gibt mir einen Quarks, Palmöl, schlecht, Fragezeichen, irgendwie sowas. Scheröl, Zitronensaft, warum? Damit es säuerlicher schmeckt, Zucker ist ein bisschen drin, warum auch immer, Speisesalz, Stärke, Verdickungsmittel. Denn wir haben hier schließlich Sonnenblumenöl drin, Scheröl, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Scher, oh Sekunde, da ruft gerade mal jemand an. Das war nämlich gerade die Reparaturfirma, die sich um unseren Kühlschrank kümmern muss, der nämlich nicht so wirklich die Temperatur hält im Gefrierfach, der billige Scheiß. Ganz neu gekauft und schon irgendwas im Arsch. Schrott, man kriegt nur noch Schrott gekauft. Und es war jetzt auch nicht irgendein Billo-Scheiß. Weil es auch nicht sehr teuer ist, aber auch kein Billo-Scheiß. Selbst der billigste Kühlschrank darf nicht im Arsch sein. Was habe ich jetzt gesagt? Ich war wieder bei Palmöl. Ich habe es vergessen. Milchsäurebakterien sind irgendwo drin. Trockenhefe, vielleicht Geschmacksverstärker, Fragezeichen. Man weiß es nicht genau. Hier haben wir die Nährwerte und ihr seht 278 Kilokalorien. Die Kalorien kommen alle vom Fett, so gut wie. 28 Gramm Fett sind drin. Kohlenhydrate 2,5, normaler Frischkäse hat so ungefähr 4. Ganz wenig Zucker nur drin. So ein Eiweiß 4 und so ein Frischkäse, je nach Art halt auch so vielleicht so 6, 7, 8, 9, 10. So je nachdem. Aber so ist das hier auf jeden Fall was Cremiges, würde ich jetzt mal sagen. Gucken wir jetzt mal rein. Das ist wirklich ein kleines Töpfchen. Aber man, guck doch mal, wie schön die Packung aussieht. Ich finde sie richtig toll. Ich bin so richtig Verpackungsopfer an der Stelle. Es sieht schon so ein bisschen Soja leicht bräunlich aus oder gräulich. Okay. Gucken wir mal. Konsistenz, die ist tatsächlich wie ein Frischkäse. So ein bisschen Bindemittel sind eben drin, damit das Ganze angedickt wird, weil eben Sonnenblumen, ich glaube, da war ich auch irgendwo stehen geblieben, Sonnenblumenöl ist eben flüssig. Schea ist, glaube ich, fester. Der Vorteil auch von Palmöl ist, dass Palmöl fest ist. Und man will ja bei vielen Sachen, gerade bei so etwas wie Streichcremes, siehe zum Beispiel Nutella, man will ja eine Festigkeit auch haben, eine gewisse. Wenn man solche Produkte nur mit Öl machen würde, wären sie viel zu flüssig. Oder man müsste viele andere Sachen reinmachen, die Bindung geben. Deswegen haben wir hier Bindemittel eben drin. Also das ist jedenfalls die Frischkäsecreme. Die verhält sich ein bisschen, sie ist so ein bisschen Wackelpudding-artig. Könnt ihr das sehen, wie es so alles wackelt? Das ist so ein bisschen, das wäre bei normalem Frischkäse nicht so. So, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es schmeckt nicht nur nach Zitrone. Es riecht nach Toastbrot. Eigentlich müsste ich jetzt erstmal pur probieren. Also pur. Ja, es schmeckt nach Soja. Es schmeckt leicht säuerlich. Es schmeckt sehr voll. Es ist recht salzig, wie ich finde. Aber so viel Salz ist auch nicht drin. Aber man schmeckt es. Das ist gar nicht so schlecht. Aber natürlich, es will ja auch kein Frischkäse sein. Es kann ja auch keiner sein, weil keine Milch drin ist. Ich finde, von der Konsistenz und auch von der Cremigkeit geht das echt in Richtung von einem richtigen Frischkäse. Es fehlt ein bisschen so dieses Milchige natürlich, dieses, ja dieser Frischkäse-Geschmack, das Säuerliche. Das ist hier ein bisschen anders durch die Zitrone. Also es schmeckt schon anders. Aber ich finde ihn lecker. Also für so einen veganen Aufstrich. Den könnt ihr meiner Meinung nach gerne ausprobieren. Rechnet mit ein bisschen Sojageschmack. Rechnet mit einem natürlich nicht vorhandenen echten Frischkäse-Geschmack. Und rechnet eben auch mit einer recht salzigen Angelegenheit, wie ich finde. Positiv übrigens auch. Kein Aroma drin. Und ja, also ich finde es lecker. Meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr ihn probiert. Schreibt mir eure Meinung gerne. Und ansonsten, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.